Musik Hallo meine Lieben! Willkommen zu einem kleinen Special und zwar zum Halloween Special 2015. Dieses Mal steht uns ein Game zur Verfügung und nebenbei eben noch der Shop. Das wären die beiden hier, aber nochmal schnell zurück zu der Stadt. Die finde ich ganz cool, so mit dem Dinosaurier, der die Schule zertrümmert. Das ist fast Godzilla und dann eben überall die Spinnen und so. Ich finde das ganz cool gemacht. Nun, ich werde euch jetzt mal zeigen, um welches Minispiel es sich dann hier handelt. Und ich werde euch mit euch zusammen dann noch schnell den Shop anschauen. Aber bevor ich das jetzt starte, will ich noch sagen, dass ich noch die Gewinner von der Verlosung verkünden werde in diesem Video. Und zwar am Ende dieses Videos. Genau. Weil es ging ja um die Autogrammkarten und ihr habt da fleißig mitgemacht. Oder einige von euch haben da fleißig mitgemacht. Und ja, ich muss das jetzt auch wirklich mal verkünden, weil ich weiß nicht, wann ich diese Aktion das glaube, Ende Juli war das, wo ich das gestartet habe. Und es wird höchste Zeit, dass ich das endlich mal die Gewinner bekannt gebe. Also. Aber zuerst das Spiel. Hier, also die Spielregeln. Ziel des Spiels. Du hast 90 Sekunden, um Ember in so viele Zombies wie möglich zu verwandeln. Je mehr Zombies du am Ende des Spiels gesammelt hast, desto mehr Punkte bekommst du. Steuere deinen Zombie-Avatar mit Hilfe der Pfalle deiner Tastatur. Pass dabei auf, dass deine Zombies nicht untereinander zusammenstoßen, nicht auf die Monster treffen und den Mauern ausweichen, denen du durch den Zusammenstoß verlierst, verlierst du Zombies. Je öfter strengst du dich länger und du stecken bleibst, desto mehr Zombies verlierst du. Reagiere also schnell. Du kannst beim Spiel täglich Event-Tickets gewinnen. Ihre Anzahl richtet sich nach deinem Punktestand. Du kannst die Tickets mit exklusiven Halloween-Shops ausgeben. Außerdem kannst du jeden Tag ein Teil des Halloween-Bildes erhalten, wenn du alle Teile gesammelt hast. Wenn du alle Teile gesammelt hast, bekommst du am Ende des Events ein exklusives Bild. Hier fehlt noch ein Teil des Bildes oder du möchtest mehr Event-Tickets. Du kannst für 50 Dollar eine weitere Runde spielen. Also, ich muss schon sagen, es ist nicht ganz einfach. Ich habe es vorhin mit der Richie Rose-Version ausprobiert. Und man muss wirklich schnell reagieren. Man läuft ja sehr schnell gegen die Wand oder gegen ein Monster. Aber, ja, probiere es doch jetzt gleich mal aus. So, das ist unser Zombie. Äh, da haben wir eine Ember. Jetzt gehen wir noch hoch. Uah, seht ihr, da habe ich jetzt schon wieder einer verloren. Ich glaube, jetzt noch mal der Wand entlang. Und dann eben... Mäh. Genau, das ist ziemlich... Vor allem, man muss ziemlich lange durchhalten. Und vor allem, es reagiert ziemlich... schnell. Ach. Äh. Ist ziemlich... schwer. Vor allem, je länger die Schlange wird, desto mehr muss man aufpassen, damit die nicht gegeneinander gegenknallen. Äh. Oh mein Gott. 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 Jetzt muss ich hier runter. Ah, da haben wir schon das Bild. Heilige. Muss man extrem viel aufpassen. Ich habe da einfach kein Glück, so. Oh. Du hast ein Event-Ticket gewonnen. Eins. Und ich habe 19 Zombies gefangen. Gut. Ich hatte vorhin ein Zombie, oder nein, zwei Zombies, äh, an der Schlange. Und ich habe ebenfalls nur ein Event-Ticket bekommen. Also, ziemlich komisch. Ähm, jetzt gehen wir aber zum Shop. Ich habe da vorhin schon gesehen, ähm, die Haare hier. Die finde ich mega cool. Die muss ich gleich haben. Dann, ähm, was ich auch noch cool finde, ja, den Zombie-Look in, äh, in, ähm, Krankenschwester-Stil. Oder auch hier, hier, die Clowns-Maske. Ähm, finde ich jetzt eigentlich, ja, das mit dem Clown, okay. Ähm, bisschen komisch, weil bei uns, äh, gab es da eben mal so ein Radau wegen solchen Clowns, die die Stadt unsicher gemacht haben, unsicher gemacht haben und dabei eben Leute erschreckt haben. Und die haben sich eben als solche, ähm, Clowns verkleidet. Und das war nicht so lustig. Äh, ja, wir haben da volle Ausrüstung für Zombie. Obwohl, da die Halfterung Zombie-Jäger-Destroy finde ich auch noch ganz cool. Mal schnell schauen. Ähm, da haben wir hier noch Stiefel. Man kann eben aussuchen, ob es blutbefleckt ist oder eben nicht. Ähm, hat ein paar schöne Sachen. Ähm, ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass ich es auch richtig anziehe. Hier, Gürtel. X-Tree-Destroy. Hier, ähm, mal schauen. Da ist ja das blutbeschmerte. Uh, ja, das finde ich ganz hübsch. Ähm, dann hier haben wir die Stiefel. Mal sehen. Und dann eben das mit dem Gürtel. So. Dann hier. Ja, das finde ich auch noch ganz cool. Also das ganze Destroy. Äh, ich glaube, das werde ich mir wahrscheinlich holen. Dann eben da die Handschuhe. Und dann das Messer. Ach, oh, das finde ich cool. Das muss ich haben, das Messer. Das finde ich ganz cool. Dann eben noch hier so Shorts. Ja, finde ich auch ganz hübsch. Was haben wir hier? Armband, Zombie-Freak. Ah, die ganzen Armbänder finde ich auch nicht schlecht. So, mal sehen, was wir haben. Da haben wir noch eine Pistole. Eine Kettensäge. Ja, also. Was haben wir da? Ein Katana. Ein Katana. Wie viel ist das? 500. Und ein Zerbeulter. Ach, das ist auch noch ganz cool. Sieht man so schön in die Innereien. Ja. Hm, 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 hm. Ja, ich werde mich hier wahrscheinlich noch ein bisschen vertören. Oder eben ein bisschen noch mehr umschauen. Ja, wir sind ein Zombie-Freak mit Baller. In der, ähm, wie nennt sich das schon wieder? Cheerleader, genau. In der Cheerleader-Uniform. So schön verblutet. Ja, ähm, jetzt sehen wir hier. Ich werde mich hier, genau, ich werde mich dann nachher noch ein bisschen hier umsehen und gucken, was ich mir dann kaufen werde. Ich habe ja drei Outfits zur Verfügung, die ich dann eben kaufen werde. Eins für Rage, eins für Sierra Amu und eins für Sierra Amelia. Ja, genau. Ähm, jetzt. Äh, ich gehe da wieder mal raus. Jetzt geht's ja darum, dass ich die Autogrammkarten verlose. Genau. Und, äh, ich habe ja gesagt, es wären drei. Drei, ähm, Gewinner. Dass es drei Gewinner geben sollte. Aber, ich habe mich jetzt doch dennoch entschieden, sieben Gewinner zu verkünden. Und zwar aus zwei Gründen. Nein, eigentlich ist es nur einer. Weil, ähm, jetzt habe ich den Grund vergessen. Nein, ähm, was war es jetzt schon wieder? Genau, ich habe von der Gamescom her noch so viele Autogrammkarten zu Hause liegen. Äh, es war ein bisschen übertrieben, das zu drucken. Also, das war nicht meine Idee, nur so. Aber ich habe einen ganzen, äh, nein, ich habe ganze zwei Stapel noch da zu Hause liegen. Und ich will die ja irgendwie loswerden. Und darum möchte ich jetzt, ähm, gleich sieben, sieben verschenken. Und weil sieben meine Lieblings, äh, meine Lieblingseinstellige, einstellige Zahl ist. Genau. Habe ich sieben ausgewählt und deswegen... Ja, also. Aber die drei, die mir am besten gefallen haben, die kriegen noch ein kleines Extra. Genau, die kriegen noch ein kleines Extra. Und zwar von mir. Das ist etwas selber Entworfenes, was dann, äh, auf meinem Kanal dann auch wieder öfter erscheint. Genau. Was es dann sein werdet, dürfen... Die drei Personen dürfen sich dann überraschen lassen. Genau, also. Und diese drei Personen, das sind Momo, Momo, Pfirsich. Dann Vanilla, Let's Play. Und Silberfuchs, Cutie. Genau. Ähm, genau. Ihr drei dürft euch nebst der Autogrammkarte noch auf ein Zusatz, ähm, Zusatzgeschenk freuen. Ähm, was die Bedingungen dann noch sind, also was ihr dann tun müsst, äh, wäre das, dass ihr mir, eben, dass ihr mich anschreibt. Und, ähm, und zwar am besten auf YouTube. Mit eurem YouTube-Kanal. Außer Silberfuchs, Cutie. Die haben mich schon auf Facebook angeschrieben. Das ist gut. Ähm, sie muss das nicht mehr tun. Aber für die zwei und für die auch die anderen, die ich da noch verkünden werde, äh, die sollen sich bitte über YouTube an mich melden, äh, über YouTube sich bei mir melden. Weil, ähm, nicht als Kommentar unten in der Videobox, weil ich brauche nämlich eure Adresse. Weil sonst kann ich ja diese Autogrammkarte euch gar nicht zuschicken. Eben, genau. Ähm, eure Adresse, euer Name, also mit welchem Namen ich auf die Autogrammkarte, also welcher Name soll ich auf der Autogrammkarte schreiben. Und, äh, falls, also, falls ihr mehr als eine wollt, könnt ihr natürlich das auch noch sagen. Dann eben noch die restlichen vier Gewinner sind eben Alice Müller, Momo Meta und Honey Games und Bar Rose. Genau, ihr vier habt ebenfalls, äh, eine Autogrammkarte gewonnen. Für euch gilt das gleiche. Meldet euch bei mir. Schreibt mir eure Adresse. Und dann, äh, schicke ich euch dann eine Autogrammkarte dazu. Von mir persönlich unterschrieben. Ja, ähm, ich bedanke mich bei allen fürs Mitmachen. Und, äh, keine Sorge für die, die jetzt eben keine gewonnen haben oder, ähm, gerne eine möchten und noch nichts von der Aktion gewusst haben. Keine Sorge, es wird eine weitere Autogrammkarte, Autogrammkartenverlosung geben. Sobald ich, ähm, wie viele Opponenten, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht 3000, 3500, weiß ich noch nicht. Je nachdem, äh, wie hoch die Nachfrage ist, desto eher wird es eine weitere Verlosung geben. Gut, ähm, dann die sieben, also nein, eigentlich die sechs, die sechs weiteren außer Silberfuß Cutie, die sich ja schon bei mir gemeldet hat, äh, hat, sollen die bei mir melden. Und zwar innerhalb, ähm, ich sag noch ein Zeitlimit, weil ich kann ja nicht ewig da auf eure Antwort dann warten. Sagen wir, was haben wir jetzt, was haben wir jetzt für Zeit, äh, was haben wir für einen Tag. Heute ist der 26. Nächste Woche beginnt November, ähm, genau. Bis zum 22. November müsst ihr mir eure Adresse mitgeteilt haben, weil sonst verläuft ja, entfällt diese Aktion. Genau, gut, ähm, für die anderen, oder für alle anderen und sonst alle anderen und was auch immer, ähm, bedanke ich mich ebenfalls noch fürs Zuschauen und für, ähm, eben, dass ihr mich abonniert habt. Und wenn ihr es nicht getan habt, tut es bitte noch und, genau. Gut, äh, das war's schon wieder. Ich sollte wirklich aufhören, weil sonst fange ich da irgendwas, irgendwelchen Unsinn an zu quatschen und wenn ich nicht weiß, was ich sage, also, was ich sagen soll, dann fange ich irgendwelchen Unsinn an zu quatschen. Das, äh, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Also von dem her verabschiede ich mich jetzt. Wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dann. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.